Ihr ganz tolle Bootfrau, die macht es auch online. Hallo Koni. Hallo, grüezi, grüezi, Herr Manser. Hallo Koni, hoi. Haben Sie alles? Bögelchen, brauche ich da? Nein, wir botzen die Fenster heute. Können Sie das mal einsprayen? Jetzt müssen Sie Haushaltspapier nehmen. Nein, Herr Manser, da sehen Sie ja die Telefonteure, dass es da Geschmierer gibt. Sie müssen kreisförmig. Andersrum. Ja, da gibt es einen Geschmierer, den Sie schmieren. Wie wäre es in der Nähe? Nein. Hey, hey, hey. Koni, eine Maschine braucht den Mann. Homehop ist der... Ein Seich geht's. Das ist eine Katastrophe mit dem, Herr Manser. Ich sage es gerade, es ist... Jetzt lassen Sie die Fenster einfach so. Jetzt gehen wir ins Badzimmer, putzen wir das Badzimmer. Sie haben... Nein, das geht aber nicht. Ein Seich geht's. Das sehen wir ja jetzt die Vision. und. D Vielen Dank.